ja hallo und herzlich willkommen wir jagen jetzt die tür in die luft oder das wird nicht funktionieren ja unser typ aus dem ohr hat uns einfach allein gelassen ich bin jetzt mutig habe keine ahnung was hier passiert eben doch das da ist jetzt die tür vielleicht offen übrigens unsere hauskrie will die kann jetzt mal der typ wieder kommen so etwa nicht oh man ok ja wir brauchen eine frau wir brauchen auf jeden fall eine kassette ich mach das mal aus du eine kassette nein ähm nein ok bist du eine kassette nein rabe hildi wo eine kassette mach mal deinen teppich gerade hier ok es fällt hier eine kassette frag mich echt wo tübi bleibt kann hier nichts tun ja auch nicht ja also entweder ist die early access sehr kurz und das war's oder weiß auch nicht wir haben kein spiegelbild alle fenster sind so alter ein alter schlüssel den stecke ich immer mein geradezimmer und ähm habe ich euch schon von unserer hauskriehe hildi erzählt nein hildi nein uiuiui komm zurück ähm achso uiui ok es ist nur das feuer im hintergrund oh und instinktiv die richtige tür erwischt hei hei ähm tübi aus meinem ohr magst du wiederkommen oder schöner mit dir eine alte kassette und ich weiß wohin ja ja ich habe hier sowas ähm hi ja ja okay okay ach wirklich du bist ja auch hier ne ist ja nicht so als ob ich die ganze scheiße machen müsste ne und ich hier die gänsehaut des todes hätte nein oh oh okay hier ist die study now you need to find you safe ja mir wäre wohler wenn ich wüsste dass ich mich irgendwo verstecken könnte ich weiß immer noch nicht was uns erwartet okay ähm wunderschöne Bilder okay also wir nehmen nicht das medaille medaille sorry keep repeating to not forget we've been married for seven years i've served four of them when i returned she destroyed everything in three months and i was left alone family of one okay äh ja das klingt doch schön ne so stelle ich mir Familie vor und Alzheimer hat er scheinbar auch gehabt deswegen ähm ganz toll oh das ist Wolfi ne der ist auch da ja achso leicht okay oh du Allwissender hast recht ja aber mit welchen Zahlen bitte bezweifle dass wir hier einfach so habe ich irgendwelche Zahlen warte mal nein aber man kann doch ne ich bin hier voll der Gangster stimmt Namen, Ziffer, Blatt ablesen welche er am öftesten gedrückt und nein natürlich äh war wohl falsch wirklich das ähm das wünscht man jetzt nicht gesagt remember seven years three months ha 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 ich bin clever so äh seven four three one äh auch ein Stift weil wenn ich mich umdrehe hab er schreibt nicht mehr wir finden einen anderen Stift ja ich hab's doch schon denn na jetzt war Edding und ich krieg's jetzt nie wieder ab aber egal ne für safe knacken tue ich alles also sieben vier wir können ganz sicherlich nicht lieben ah hier high expensive äh ja so Stein den wenn wir verkaufen ist alles super nämlich ich andre ich kann ich kann nicht rennen ja ei als ob das jetzt keiner wie halt's denn come on there must be another way out please now äh ich kann mich bewegen äh ja ich ähm kann mich nicht bewegen ich ähm kann mich ich kann mich bewegen ich kann mich bewegen weißt du come on we need to get you out ja find ich gut bin ich dabei geht's mein gott mach mal zu aber da sind hundis drin lass mich doch die hundis retten vielleicht helfen die uns hundl vielleicht helfen die uns ja nein ach komm der hund könnte das bestimmt ja das ist auch genau das was ich jetzt will ja ist übrigens hier mein keller ich wollte ja diese roomtour sache eigentlich die ganze zeit durchziehen aber irgendwie ja alles scheiße ja hättest du doch nur mal abend essen was ist denn los hier ist sogar äh ein echter stempel das gutes drauf ne das ist der gutes gutes stempel vom besten unternehmen ach scheiß drauf fällt mir nix ein jetzt ich nehm die jahre ich nehm die jahre soll ich denn lieber keine nehmen Als ob er uns füßt, geht er nicht rein. Als ob wir das dürfen. Ich bezweifle es hart. Dass er uns lässt. Wer auch immer da ist. Mein Herz. Es ist die falsche Seite. Auch falsch? Ah, komm. Das war doch so klar. Hey, bist du okay? Hör auf meine Sprache. Wir müssen raus. Das ist zu. Vielleicht hätten wir doch in den Raum. Ich kann rennen? Weiß nicht. Vielleicht. Hat mir nicht so vor, aber gut. Also da hoch. Ja! HAP! 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 Ich weiß noch nicht wohin, aber ja. Ich geh ja schon. HAP! 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 St esperar das. Das ist ein Zahnrad. Ich drehe mal, meinen Den andern. Ja, das werde ich denn tun sollen? Okay. Alter. Ich glaube, der braucht so ein Nachtbeatmungsteil, damit er dann immer so schnarcht. Ich bin leise wie ein Mäuschen. Ach, da sind wir wieder. Okay. Wir laufen hier gleich so. Ja. Aber genügend Zeit. Ich will vielleicht mal Lampen anmachen. Ja, ein Bast ist hier auch. Ja, mach so. Ah! Das rukelt. Oh fuck, hast du noch mehr? Okay, und jetzt? Als ob den das aufhält. Er hat eine Gasmaske. Ich nicht. Oh! Oh! Ist aber schön! Ich hält ihn schon auf. Okay. Wow. Shit. Okay. Time to get out. Try to climb out the window. Das ist hier ganz schön. Wow. Okay. Cool gemacht. Ja, lass mich da mal raus. Ach so. Oh, Typik liegt da drauf. Und ich steige jetzt auf. Das ist genau das, was ich an seiner Stelle auch tun würde. Das hat jetzt bestimmt funktioniert. Hat funktioniert. Als ob. Und wieder rein ins Haus. Ja. Nein. Okay. Ach so. Ja, also. Ja, also. Ja. Ja. Ich spiel das nicht noch mal. Scheinbar schon. Okay, ähm, es hat sich ein bisschen verändert, wie es scheint. Ja, hätte er ein bisschen besser verstecken sollen, ne? Ja, wie cool. Achso, ich habe halt auch nicht was getan, was er mir gesagt hat. Achso, ich habe auch nicht was er mir gesagt hat. Oh. Ahaha. Wir müssen wahrscheinlich genau dem seinen Anweisungen folgen, weil... Ja, das haben wir vorhin schon, aber ich bin halt nicht hier hingegangen mehr. Ich bin halt einfach woanders hingelaufen, ne? So wie es sich gehört. Kurz. Nein, wir haben den Diamanten nicht mehr. Okay. Bin ich davon? Ist das auch überhaupt nicht guselig? Oh ja. Schön. Ich will nicht mehr. Kündige. Ja. Ich würde sagen, ähm... Hm. Hier kommt die Braut. Eine Kamera. Okay. Oh Gott. Fucking ernst. Ja, genau. Ah, liegt bestimmt daran. Nein, wie cool. Und... Sollt vielleicht die Augen nicht. Was geht da uns jetzt? Boah, Alter. Ey, das ist einfach so... Fucking unangenehm. Unfassbar. Ekelhaft. Okay. Okay. You need to find and open the door to the master's bedroom. Ich mach jetzt aber hier nicht mit der Kamera alles an, oder? Weil... Okay. Ja, ein Foto für meine... Äh, zur Erinnerung. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ... Vielen Dank.